Zuletzt bei Skylanders Trap Team. Mit unserem kleinen wütenden Zauberer im Gepäck kämpften wir uns durch die Gegnerhorden. Wir machten Halt an einem Feuerelementator, in welchem Wildfire, unter Freunden auch Leo genannt, einen Mülltonnendeckel als Hut bekam. Außerhalb der Kanalisation verlegten wir noch ein paar Wasserleitungen und landeten zu guter Letzt in Val's Arena. Dort begegneten uns viele weitere Holzköpfe, als auch das Monster aus Star Wars Episode 4. Der Oberholzkopf allerdings war Fisticuffs. Während die Skylanders wie gewohnt den Tag retteten, planten die Golden Queen, Wolfgang und Dr. Crankace irgendwas mit stinkendem Käse. Herzlich Willkommen, wir sind heute unterwegs und ihr seht, wir haben einen Neuzugang. Wir haben mittlerweile alle Giants. Giants, ja. Nicht Trap Master, alle Giants. Und wir starten. Ja, wir haben ihn aus England einfliegen lassen. Das England aber über den Teich da hin. Ja, das ist UK. Äh, USA. UK ist aber auch über den Teich. Ja, nur über den Kleinen. Eigentlich über den Bach. Ja, oder durch den Tunnel. Weil wir heute Skylands-Geschichte schreiben. Ja. Yay. Wuhu. Wir entschuldigen uns nochmal, dass es vor ein paar Folgen ein wenig asynchron war. Ja. Wir kriegen gefühlt gerade nur welche von diesen Holzviechern. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, wir sind heute mit einem etwas kleineren Aufgebot hier. Sollten wir Skyland das brauchen, muss ich nochmal nachdenken. Ah, da ist sie, meine alte Willikin-Fabrik. Mutter sagte immer, ich würde mir keine Freunde machen. Aber ich hab sie gezeigt. Ich hab mir hunderte gemacht. Aus Holz. Moment. Was ist mit meiner Willikin-Fabrik passiert? Ja, ich weiß nicht. Ich komme immer noch nicht über die selbstgemachten Freunde aus Holz hinweg. Ich habe genug gesehen. Ich verlange, sofort hinuntergebracht zu werden. Okay, da gehen wir. Hey, Kurzer, kannst du mir ein paar Churros besorgen, wenn du schon da drin bist? Ah, ich hab dir das schon oft gesagt, Flynn. Meine Fabrik macht keine Churros. Kein Wunder, dass du keine Freunde hattest. Na ja, tschüss. Ja. Ja, wir hoffentlich haben wir es jetzt hingekriegt, dass wir sie krone hinzukriegen. Ja. Wir haben ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wo das liegt. Es lag an der Gänke, Jackat. Aber dafür haben wir jetzt noch nur Spastik. Ja, keine Ahnung, ob das so bringt. Rechts und links und links und links. Den haben wir doch. Ja. Aber was für ein Element war der nochmal? Probier's aus. Shield Shredder. Ja, Shield Shredder, das ist richtig. Das ist richtig. Nein. Damit die Bände gut klingt. Ist besonderes Geräusch nicht toll? Macht unsere Musik viel besser. Und jetzt bekommst du besondere Überraschung. Wir sehen's noch nicht mal. Rechts und links und tue es. Ach, in Golda Hout. Cool. Sehr cool. Und damit immer noch herzlich willkommen. Ich habe die … Das ist echt lausendrabe. Ich habe den Konsum nicht. Ich habe die … Ich habe die вперmdienung. Ich habe die … Aha, du отделst du VERY's. Na, 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 na. Na, 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 na. Und wenn das kentiert? Da kommt man geht's hier noch. Geld, 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 Geld. Geld, Geld. Und Kias gibt's auch. Kias läuft da den� trabalho und links, also laufen wir jetzt mal nach rechts. Krasp unterwegs bei durch die tür Fasse, aber ja falls ihr euch fragt, heute ist Teilactic, der europawahl ja wichtig jeden okay ich würde sagen geht wählen aber das wahrheit schon ich hoffe ja ich baue nicht nur schiffe ich repariere sie auch selbst wenn sie keine ersatzteile haben und wenn sie nicht einmal kaputt sind also verschlimm besser ist das dann ich würde sagen das klingt so richtig nach finden wie toll mein schiff jetzt funktioniert ja was haben wir gemacht du hast dicken fetten roten kopf betätigt das macht der rote knopf und muss der rote kopf hin entweder nach oben da war doch nichts mehr dann hier unten in das haus bleiben das ist sehr gut den schlüssel vergessen also habe ich in diesem tunnel graben lassen ich quetsche mich durch und öffne die tür von drinnen wir sehen uns da was kein user sky freund willigen pausenraum ich finde es auch lustig wie die teilweise nur so halb hau wende haben mehr bauen wenn nötig ich glaube wir sind gerade bei der hälfte des games haben gebaut witzigerweise sind wir bei der folgenden zeit schon fast oder dürften vielleicht ein sogar schon überholt haben sagen ja das sagt ganz gründlich absolut ja die ganze genau ja hier ist der weg sieht so wenig aus nein aber man kann hier nicht umsonst unterfallen doch kann man doch schade also ich verstehe was du meinst aber nein aber es sieht so wenig aus ja fabrik hat neuen besitzer neuer meister kein willikin freund wie alter riecht aber viel besser willst du schalter umlegen ja los das wird spaßig ich bin mal gespannt ob wir zum zeitpunkt wenn das video will ist wird schon die 400 abos haben zum zeitpunkt ja auch da sind wir gerade bei 390 macht mal die 400 zum zeitpunkt 500 er war auch gut auch gut aber das dauert glaube ich noch ich habe schon daran gedacht ich habe es vorhin schon gesehen oh da machst du den gut sehr gut dodo dodo denkt mit ja obwohl das geht meistens nicht so gut aus du benötigst einen crept master vom gespinste element um dieses tor zu öffnen geschafft ich dachte da kommen gegner ja das warst du aber selber ich weiß es ist mir aufgefallen lustig was ist hier schon der arena richte aus das gibt mir extreme weibes von diesem ein level ja dieses mit den ganzen schwindel ja du hattest ja drei so ich meine das letzte eigentlich ja oder durch den dungeon mit dings von rennen G3 G4 4 G4 E3 Der hat das echt nicht aufhalten G4 G4 1 1 Monete einsammeln D8 Geld ist sehr wichtig auch in der echten Welt Ja, leider, ja. Viel brauchen wir. Oh, lol. Oh. Ja. Nicht sterben. Ah, meine Wünsche kommen gerade nicht so ganz, doch kommen wir. Das ist das dritte Spiel, in dem wir sie haben. Und sie ist gerade mal Level 4. Und man sieht, ich bin vielleicht nicht so der größte Giants-Freund. Aber hast du erst mal direkt den neuen Giant mit dem Nagel gelesen. Ja, weil der ist, glaube ich, auch mit der Quizze total. Ach so ist das. Beziehungsweise ich mag ja keine schwerfälligen Charaktere. Voll geil. Möchtest du, soll ich? Äh, du möchtest. Okay. Wo ich mit meinem roten Hut eigentlich relativ, in meinem Lied am Hut eigentlich relativ zufrieden sind, bin bei dem Roten. Ist das der von T-Bone? T-Bone hat den Hut? Ich meine, nee, der ist so ein topperartiger. Und dieser Hut, das sieht gar nicht mal so bad aus. Ja, sehr cool. Ja, war doch ein schöner kleiner. Wie kommt es, dass du heute Gusto spielst? Wie hat er die Ehre? Ähm, du hast angefangen, den Luftskalender zu spielen. Habe ich mir einfach auch einen Luftskalender genommen. Ach so. Gusto haben wir ja auch zweimal loslegt, lustigerweise. Ja. Weil ich schließlich nicht zu einmal. Wer bist du denn? Bro, was geht mit dir denn ab? Lassen wir Zug in den Tod fahren. Ich kann die echten Abgrund werfen. Ich kann die echten Abgrund werfen. Ich würde sagen, wir schnappen uns einen nach dem anderen. Das ist schlecht. Ein nach dem anderen, dachte ich. Du hast ein Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Meine Stärke liegt um. Okay, dann haben wir das auch schon mal fertig. Wow. Möchen. Ey, Tradition. Tradition. Softbox kaputt machen. Hallo Dave, einmal Dave in die Kamera. Tradition, Softboxen kaputt machen. Auch Dave, ha 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 lustig, green screen. Das möchte ich aber bitte im Großbild haben. Dave, das ist Naturtalent. Du kannst schon mal in das Buch reingucken, das ist super cool, das hab ich mir gekauft. Ja, das ist wirklich cool. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut den Podcast. Zu Thor, Love and Thunder. Ja, 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 ja. Ich freu mich jetzt schon das zu sehen. So, oh Gott, Dodo. Dodo will Punkte sammeln. Auf seiner Strichliste. Dodo hat einen Punkt gesammelt. Wieso bin ich tot, ey? Jan ist gleich auch tot, wenn er so war. Ja. Die Zeit ist um. Es gibt, es gibt einfache, aber es gibt auch echt schwere. Die Schwierigkeit. Okay, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen abhängig. Je nachdem, was man gerade vor dem Fahrrad hat. Dodo will den nächsten Strich. Nein, alles gut, wir müssen noch ein Stück. Siehst du, alles gut. Mehr Kraft. Wer, wer kam noch mal auf die grandiose Idee aufs Schwert? Ahaha, ja, nein. Eingehend. Eingehend, auch, dann krieg ich ein Level up, dann ist alles bei mir wieder fein. lange kein scanner ist aufgenommen sagt ja ja ich verstehe so weiß ihr seid heißt darauf mir striche zu geben auch mal ein brechen doch sage ich doch ich glaube der spiel hat das ganze alles was nicht viel tankt dass sie gerade so optimal eigentlich ist gerade alles so optimal aber ich glaube da vorne gab es noch was ich was war das denn jetzt das was geht so ist er richtig ja oh gott dieser gut haben wir gerade schon mal besiegt aber nicht heute kommen wir die ganzen dichtgelevelten skalender raus und werden aber kurz geworfen auch er hat auch die gespielt haben ich glaube ja ich hatte ihn ich meine ich hatte ihn auch viel gespielt war ich so stark auch gut ein bisschen auch nicht mehr schule besiegt eine feuerfalle ins portal und schade schäfer zu fangen scrap shooter gefangen ja ja wir müssen dich sehr gut aber bitte noch nicht bei toller von da reingucken die würde ich nachher vielleicht ein wenig abfragen hätte ich jetzt auch vorgeschlagen dass wir zu zügig nächstes mal weitermachen ja bis zum nächsten mal viel spaß und und